Okay. Das Notfolge-Lied geht raus an Leute, die nicht da sind. Sie wollten kommen, aber wahrscheinlich haben sie es nicht rechtzeitig zurück in dieses Land geschafft. Ich wohne mit ein paar Freundinnen zusammen und öfter sind noch mehr Freunde zu besuchen. Und als wäre es gestern erst rausgekommen, haben sie ein Computerspiel für sich entdeckt. Es nennt sich Minecraft. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gespielt hat. Wer es nicht gespielt hat, wenn man anfängt, hat man ein Problem, den Rest seines Lebens noch zu bewerkstelligen. Wer sich nicht damit auskennt, ist egal, das Ding ist handbar. Also lasst mal sehen hier. Und ich schaff nicht mit. Ich hab' nicht свет Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.